Wir sind Doris und Elke. Wir sind vom Institut für Familienfragen. Das ist eine Beratungsstelle für Menschen, denen es durch unterschiedlichste Probleme nicht so gut geht. Geht's dir gerade auch nicht so gut? Wir können dich unterstützen. Unsere Beratungen sind kostenfrei und anonym. Ab September sind wir zweimal im Monat am Donnerstag im Logo als dein Krisencoach. Komm doch vorbei!